Wir haben ganz lange darauf gewartet, aber endlich sitzen wir hier wieder mit Laszgo! Wie geht's euch? Sehr gut, sehr gut. Wie sieht's bei dir aus? Auch sehr gut. Und dir? Bei mir ist alles bestens. Oops, I shouldn't have told you. Wir haben so lange nichts von euch und eurer Musik gehört. Vieles hat sich in eurem Leben verändert, speziell in deinem Leben. Was hat sich bei dir genau verändert? Ich bin jetzt Papa geworden, das hat sich hauptsächlich verändert. Wir haben euch 2003 ganz schön vermisst. Was hat sich sonst noch so getan? Wir sind viel durch die USA getourt. Die Jungs waren im Studio, weil sie auch für ihren Vandalmusik machen. Und ich bin seit letztem Jahr mit zwei Tänzerinnen unterwegs. Also die Formation hat sich ein wenig verändert. Aber vor allem tourten wir durch die USA. Was hat sich bei dir alles verändert? Wir haben eure Gruppe die letzten Jahre nicht mehr in Deutschland gesehen. Ich war sehr damit beschäftigt, im Studio an meiner DJ-Karriere zu arbeiten. Wir alle waren sehr beschäftigt und freuen uns jetzt wieder zurück zu sein. Ich erinnere mich daran, dass du euren letzten großen Hit auf der Toilette geschrieben hast. Wo hast du ihn denn diesmal geschrieben? Auf dem Klo habe ich angefangen, wirklich. Aber dann hat mir die Sängerin von Ian Vandal mit den Liedtexten weitergeholfen und so musste ich runter vom Klo. Ah, sie durfte nicht mit dir auf die Toilette? Ich habe sie gefragt, aber sie sagte, nein, danke. Sie fragte mich auf die Toilette, aber sie sagten, nein, danke, ich bin gut. Bitte! Ich möchte alle eure Pläne für das Jahr 2004 wissen. Was ist mit deinem Album? Ist es eine Zeit für ein neues Album? Ja, wir arbeiten zur Zeit ständig an neuen Tracks und wählen aus, welche Songs wir für Ian Vandal, Lasko und andere Projekte verwenden können. Aber auf jeden Fall würde es ein neues Lasko-Album geben, vielleicht im Sommer. Wir hoffen es. Das hoffe ich auch. Was ist der Unterschied zwischen eurem heutigen Sound und dem Sound von vor drei Jahren? Ich denke, es ist immer noch der typische Lasko-Style. Wir haben versucht, einige neue Sounds zu verwenden, aber dennoch hört es sich immer noch nach Lasko an. Ich denke, wir sind auch ein bisschen erwachsener geworden. Wir haben es zumindest versucht. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen erwachsener geworden, wir haben es zumindest versucht. Ich liebe euren letzten Hit Someday, er ist wunderschön. Immer wenn ich ihn und deine Stimme höre, dann... Dieser Song hat natürlich auch sehr viel Gefühl. Das war eine echt gute Leistung auf dem Klo. Erinnere mich nicht immer daran, ich muss den Song singen. Wann ist die Veröffentlichung? Die Veröffentlichung wird am 2. Februar sein. Das wird am 2. Februar sein. Februar! Ich wünsche euch alles Gute, wir werden euch mit Club Rotation weiter unterstützen und wir sehen uns bald wieder. So, we'll see you soon again. Let's go!